Abwehr von Schalke 04, Matija Nastasic, Abwehr von Köln, Nerji Maffrei, Abwehr von Werder Bremen, Luka Kaldirula, Tor von Borussia Mönchengladbach, Jan Sommer, Mittelfeld von RB Leipzig, Kapitän Dominik Kaiser, Angriff von Hertha BSC, Kapitän Werder Debišević, Klubkarte von Borussia Mönchengladbach, Abwehr von Darmstadt, Jörgy Garcís, Abwehr von Frankfurt, Janir Gäsel, Medelfeld von Hamburger SV, Alen Halinović, Angriff von Hoffenheim, Torjäger Sandro Wagner, Abwehr von Köln, Filip Mlanowicz, Abwehr von Schalke 04, Dennis Aogo, Medelfeld von Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard, Klubkarte von Dynamo Dresden, die waren Platz 1 in der 3. Liga. Jetzt guckt mal mein FIFA 15 Video, gibt es eine 3. Liga? Schreibt es mir in die Kommentare. Abwehr von FC Bayern München, Kapitän Philipp Lahm und die Special Card Abwehr von FC Bayern München. Brauchste limitierte Auflage aber zum Aus. So viele Karten Leute, wir haben es geschafft. Den 2. Teil auch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich alleine das Mop-Update mache, weil ich habe ja noch das FIFA 365 Album. Da kann ich, da habe ich ja noch viel Platz, da kann ich da die Karten einsortieren. Ja. Ich bin überhaupt froh, dass ich das geschafft habe. Mit diesen vielen Karten. Und jetzt mein Tipp, mein... Nein. Meine Rätsel an euch, wie viele Karten habe ich. Am Anfang sagte ich 90, nicht 90, 90 Buchstaben habe ich geöffnet. Und ein paar Karten habe ich dazu gekriegt. Das sage ich jetzt euch nicht, ihr müsst selber nachziehen bei diesen Karten. Also, tschüssi. Kofsky hier. Kofsky hier.